Hallo, ich bin die kleine Plaudertasche und wegen Weihnachtsfriede und so, da soll man ja eigentlich nichts Schlechtes sagen über andere. Ich würde das, mach das auch nicht, ich würde das auch nie machen, aber mach ich nicht. Aber dass bei mir keine 15 Euro minus Unwärtsmann zahlen muss, das sag ich jetzt schon. Okay? Die kleine Plaudertasche. 4 Cent in alle Netze, 4 Euro im Monat. Und jetzt 49 Euro Aktivierungsgebühr geschenkt. Wer One hat, hat's gut. 4 Cent in alle Netze, 5 Euro im Monat.